Ich bin heute schon früher aufgestattet und habe schon mit dem Bibi was gemacht und mit der Skala, die jetzt gerade frisst. Uh, du hast dich gewälzt. Es ist voll kalt draußen. Ich bin jetzt gerade am Weg nach Wien, weil ich heute bei diesem Treffen da heute bin in der Markshalle. Wir treffen mich jetzt noch mit Max und Andrea. Die steigen dann zu mir ins Auto und dann fahren wir dann weiter dorthin in die Markshalle in Wien. Also ich bin gespannt, wen wir dann von euch treffen werden. Es ist ja nicht zu glauben, Andrea ist da. Andrea kommt mega nobel mit dem Taxi. Oh Gott. Wir sind da, Andrea, Max und wir gehen da jetzt mal rein und schauen mal, wer von euch da ist. Bin schon voll gespannt. Juuuude. Wir sind jetzt erst reingekommen und jetzt habe ich gerade welche erkannt. Voll nett. Ich habe einen Haken, aber Angst habe ich nie. Ich habe mich nicht mit dem Zyklen. Also man darf natürlich... Ich fasse gerade auf Max. So cool. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen getrunken. Ich fasse mit Kay, Mrs. Vila und jetzt sind schon die nächsten Waren. Victoria ist da richtig ein bisschen so nett. Jetzt quatscht der Andrea mit Luca, mit dem Corncrap. Ich weiß noch nicht, wo er... Ich weiß noch nicht wo er... Okay und wir hatten jetzt gerade mit Luca gesprochen und jetzt ist der Aviv da und quatscht er mit Andrea. Und jetzt ist schon der nächste da, dieser voll süßes Volk. Das freut sich gerade extremst, weil er dann dieses Fitness-Medel, diese Sophia Thiele oder Thiele gerade interviewen kann. Und dann geht's weiter. Ich fahre mich schon voll. Da gibt's auch ein paar, die extra gekommen sind, weil sie sich auf Snapchat gesehen haben. Und du hast extra Pferdebücher mitgenommen. Voll cool. Wie heißt du? Ich bin die Anna. Und sie hat eine ganze Stunde gewartet, dann wissen wir nicht irgendwo, dass sie liebt, gell? Ja, ich bin die Anna rumgegangen und wir schauen, ob wir dich super voll süß. Lachen mal. Ist das ein Vortrag denn? Bestes. Selina Blockstar ist auch da. Und zwar... Ich bin voll klein im Gegensatz von mir, schau mal. Wowie. Wah, das ist so cool. Wir werden jetzt so langsam gehen. Ich hab ganz viele Videos gemacht und das werde ich darauf schneiden, dass wir von morgen machen. Wahnsinn, wie viele Fester niedergelaufen sind. Ich mag eine Cote von der Foto. Zuschauer, Zuschauer. Voll lieb. Oh mein Gott, so lieb. Und die haben durch die Tränen... Wir gehen gerade... On the way home. Und Andreas Asterweil. Also ich muss heute noch Videos schneiden. Was macht ihr noch? Ich muss auflegen. Ich bin nur müde. Ich bin gerade am Weg nach Hause und dafür, dass ich das eigentlich nur gestern auf Snapchat veröffentlicht habe, dass ich da bin, haben mich so viele angesprochen. Das war total nett. Und das nächste Treffen ist auf jeden Fall auf der Welser Pferdemesse. Da bin ich sicher da. Freitag, Samstag, Sonntag und auf der Equitana. Ich kann es fast nicht erwarten. Ich habe mit den ganzen YouTubern auch Videos gemacht, also so Pferdemäßige Sachen und werde das jetzt schneiden. Ich fahre jetzt gerade nach Hause und das kommt dann morgen hoffentlich an dann um 11. Eskada bekommt gerade eine ganz besondere Fellpflege. Aber das ist nicht die Ruby, die Schimmelstute. Die zwei sind Freundinnen. Schau, die mögen sich. Wie süß. Ich bin jetzt noch vor dem Videoschneiden kurz noch in den Stall gefahren. Zu den Pferdis.